Hallo Leute, der Wally wieder hier. Heute wieder mit Snowboard Kids. Und bevor wir heute anfangen, will ich euch dann gleich mal schnell's bei Outtakes zeigen. Ich hab euch doch schon mal gesagt, dass der Computer einem manchmal unfairerweise einfach nach hinten durchreicht. Das, was jetzt gleich kommt, zeigt genau das, was ich gesagt habe. Film ab. Ja? Nein! 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 Jetzt nicht im Ernst, oder? Das kann doch nicht sein. Nein! Sorry, das leid. So, weiter geht's. Habt ihr gesehen? Das war doch... Ah! Auf den letzten Metern. Aber gut. Ein neuer Versuch. Also das, was ihr gerade gesehen habt, war die Aufnahme vorher. Da hab ich mir gedacht, nein, das nicht. Ready? Go! Zwei Fate-Videos sind dran. Nein. Nein. So, aber ich hoffe, ich hoffe, ich habe dieses Mal praktisch gesehen. Nein. 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 Ah, vor lauter Bord an die Drecke vergessen zu springen. Geht ja schon mal gut los. Nein! Nein! So. Sie holen immerhin schon mal wieder gut aus. Auch wenn Nancy ehrlich gesagt wird so ziemlich weit vorne liegt. Ich sehe sie immerhin nicht. Autsch! Nochmal Autsch! Und nochmal Autsch! Ah, was ist denn hier los? Ja, ja! Das ist schon wieder krass. So viel Glück mit den Items kann doch nur ein Computer hintereinander haben. Nein! Alles klar! Okay, Tommy, ich bin wieder oben. leichter oder auch nicht na ja doch so geht es auch sehr schön da nennt sie und der erste platz wie lange das allerdings zu bleiben wird ja ha ha rückt das geist schöne händschuhe ging daneben was ist das denn schweiner Hey! 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 Okay, schade, ich wollte die Abkürzung nehmen. Leider nicht reingekommen. Okay, das heben wir uns auf. Puh, im Sprung überholt. Das waren alle Alpine, wie mir scheint. Sollts mir irgendwann merken, das klappt ja nicht. Das ist der Sprung zu kurz. Ich vernet sie hinter mir schon wieder. Ja, ja, nein, schade. Nein! 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 Diesmal wird Tommy nach hinten durchgereicht. ... hoffe ich doch! Stein- aufpassen. Dann mache ich keinen Trick sicherheitshalber. Ich komme bloß ohne Geist, komme ich nicht mehr an ihn ran. Das ist das Problem. Ach, verdammt, das selte Spielchen wie das letzte Mal. So, schießen wir wenigstens noch mal ein Ziel ab. Okay, Leute, da würde ich sagen, war es das wieder für heute. Und ich werde ein bisschen üben und verspreche euch, das nächste Mal klappt's.